Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über aktuelle Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt in den USA, denn dort vermehren sich die Anzeichen, dass die Immobilienblase bald platzen wird. Dabei zeigen sich vor allem erschreckende Parallelen zum deutschen Immobilienmarkt. Wenn ihr erfahren wollt, wie die Lage in den USA aussieht und was auch auf uns zukommen wird, dann bleibt unbedingt dran. In den vergangenen Monaten warnten immer wieder Experten davor, dass sich die Immobilienkrise aus 2007 in den USA jetzt wiederholen könnte und auch Deutschland ein ähnliches Szenario droht. So sind in den USA die Immobilienpreise seit Mitte 2020 regelrecht explodiert. Denn zwischen Ende 2019 und Mai 2022 sind die Häuserpreise im nationalen Durchschnitt um fast 43 Prozent gestiegen. Cash.ch schrieb hierzu folgendes. Zitat. Der enorme Anstieg der Häuserpreise um 43 Prozent von dem Niveau vor der Pandemie Ende 2019 bis Mai 2022, könnte das erste Anzeichen für eine Blasenbildung am US-Immobilienmarkt sein. Der Grund, auf längere Sicht müssen Immobilien bezahlbar bleiben. Der durchschnittliche Preis für Einfamilienhäuser liegt nach Angaben der National Association of Reuters, aktuell bei 421.000 US-Dollar oder dem 7,5-fachen der verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Doch nun scheint es so als hätte die Immobilienkrise die USA tatsächlich wieder erreicht, denn Verkäufer müssen aktuell ihre Preise senken um potenzielle Interessenten anzulocken. Ebenfalls ist derzeit auch klar erkennbar, dass für Investoren das Umfeld immer schwieriger wird. Weiter lassen steigende Zinsen, geringere Renditen und mögliche Probleme bei Folgefinanzierungen für die Zukunft nichts Gutes erwarten. Damit steigen die Sorgen, dass ähnlich wie in 2008 eine Kettenreaktion in Gang gesetzt werden könnte. Schuldner waren damals gezwungen, ihre überbewerteten Häuser zu Niedrigstpreisen zu verkaufen. In Folge platzte die Immobilienblase in den USA und die Krise trieb immer mehr Hausbesitzer in den Ruin. Die Preise fielen dadurch weiter und weiter. Und die aktuellen Analysen zeigen, dass es sich nicht um Panikmache handelt, sondern der Immobilienmarkt in den USA vor einer deutlichen Korrektur steht. Laut der Analysefirma EPB Macro Research gibt es drei verlässliche Indikatoren, die zeigen, dass es zu einem deutlichen Einbruch der Preise am US-amerikanischen Häusermarkt kommt. Erstens. Das sich ändernde Verhältnis zwischen dem zum Verkauf stehenden Neubauten und der tatsächlich verkauften Häuser. Zweitens. Das Ausweiten der Geldmenge M2 durch die Federal Reserve. Und drittens. Der Zinsunterschied zwischen den Zinsen auf Hypotheken mit 30 Jahren Laufzeit und den Zinsen, die amerikanische Staatsanleihen mit derselben Laufzeit abwerfen. Alle drei Indikatoren als Gesamtindikator würden laut den Analysen zuverlässig Preiseinbrüche im Markt anzeigen. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten berichteten hierzu folgendes. Zitat. Aus dem Umstand, dass zwischen dem Kurvenverlauf der Leitindikatoren sowie jenem der Entwicklung der Häuserpreise eine im langjährigen Vergleich sehr große Lücke klafft, schließt Basmayan, dass die bereits eingetretene leichte Korrektur in den vorausliegenden Monaten noch deutlich schärfer ausfallen wird, weil ein großer Korrekturbedarf hin zu einer Angleichung der beiden Kurven besteht. Zitat Ende. Und das erkennt man inzwischen auch an den offiziellen Daten für den Häusermarkt. Im Juli ist das Geschäft mit Einfamilienhäusern regelrecht eingebrochen. Die Zahl der verkauften Neubauten sank zum Vormonat um satte 12,6 Prozent, auf eine Jahresrate von 511.000 Einheiten. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Rückgang auf 575.000 gerechnet. Vor allem die gestiegenen Hypothekenzinsen und höhere Materialpreise machen die eigenen vier Wände für viele Amerikaner zunehmend unerschwinglich. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten fassten es wie folgt zusammen. Zitat. Auch die Zahl der noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe ist gefallen. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe sanken im Juli gegenüber dem Vormonat um ein Prozent, wie die National Association of Reuters mitteilte. Das Minus im Juni ist zudem mit 8,9 Prozent höher als bisher ermittelt ausgefallen. Zunächst war eine Verringerung von 8,6 Prozent festgestellt worden. Die noch nicht ganz abgeschlossenen oder schwebenden Hausverkäufe gelten als Indikator für den Häusermarkt, da sie die Lage zu einem frühen Zeitpunkt im Transaktionsprozess abbilden. Zitat Ende. Damit könnte sich schon bald die Immobilienkrise aus 2007-2008 wiederholen und auch in Deutschland ist ein ähnliches Szenario denkbar. Für viele ist dies keine Überraschung, immerhin wurden die Voraussetzungen für eine Immobilienfinanzierung niedrig gehalten. Eine Faustregel besagt dabei, dass der Plan einer engen Finanzierung in der Regel nur aufgeht, wenn die Immobilien auch an Wert gewinnen. Ist dies aber nicht der Fall und die Immobilien verlieren an Wert, fällt das Kartenhaus sehr schnell zusammen. Nicht wenige Investoren benutzen dabei in der Halbphase die Wertsteigerung der ersten Immobilie als Grundstein zur Finanzierung für die zweite Immobilie und genau das wird am Ende zum großen Problem. Dabei ist die Rechnung eigentlich ganz einfach. Denn beispielsweise ein 500.000 Euro Objekt mit einer monatlichen Tilgungsrate von 800 Euro und einem Einkommen von 2.500 Euro netto kann keiner während seines Berufslebens abbezahlen. Hinzu kommen dann noch die Nebenkosten und Instandhaltungskosten. Dabei scheint es so als hätten viele finanziert ohne sich tatsächlich darüber Gedanken zu machen. Die nun weiter steigenden Bauzinsen werden ebenfalls die Entwicklung einer Immobilienkrise dramatisch beschleunigen. Und auch die allgemein steigenden Kosten sind zusätzlich für viele ein Problem. Hinzu kommen dann noch eventuell mögliche Auflagen zum energetischen Sanieren. Ohnehin ist der Boom in der Baubranche vorbei. Aufträge und Umsätze gehen inzwischen zweistellig zurück, da Material teuer ist oder schlichtweg fehlt. Außerdem zeigen jetzt die Förderkürzungen ihre Wirkung. Und was denkt ihr? Werden wir zuerst in den USA die Immobilienblase Platzen sehen und dann in Deutschland? Schreibt uns eure Meinung dazu gern in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, so dass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald. Euer Team von Finance Experience. Bis bald. Bis bald.